Ok. Spass. Finde ich schon mal sehr gut. Kannst du einen Duck Rifle nehmen? Ja klar. Why not? Für das Chapter. Man up. Ich nehme eine Taktik. Oh. Soll ich einen Goethe nehmen? Ähm. Ja, meint. Da ist noch eine Pipebomb, ne? Oh, vier Pipebomb. Das ist schon mal sehr gut. Alle Atre außer ich, ey, was ist das? Das Waschertiel, mein Mann. Ich kann gar nicht mehr merken, dass ich überhaupt Adrenalin hatte. Und. Hep. Schon mal eine Menschen getestet. No. Get off. Oh, da sind einige Zombies hinter uns, ey. Ey, da fahren weiter. Jockey. Charter von hinten. Komm durch. Nein, dammit. Oh. Fuck. Scheiße. Ist man jemand hier hinten außer mir? Ja, sicher. Der Tank ist auf jeden Fall aktiviert. Ich glaube, der eine war. Nein, Richard ist noch hier. Ja, der eine war. Schön. Ich werde mich schon mal heilen hier. Da war ich euch auch, denke ich. So. Ja. Guck mal, hab ich gesehen. Nein, das war schlichte. Schon gerusht. Ja, wenn einer gerusht hat, kann man immer nachwaschen, das ist scheiße. Ist ja nicht Mount Rushmore hier. Ahaha, der Typ. War gerade lustig. Du musst glaube ich da unten, oder? Ja, ich bin hängen da gerade. Außer hanging. Ich hänge hier ein bisschen rum. Ein bisschen am Abhängen. Ja. Oh, da ist er. Achso. Wie ist denn der da hochbekommen? Na. Shit, 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 shit. Nein. Drecks Tank. Fuck. Nein, gesmoked. FML. Ah, ich bin auf jeden Fall tot. Ist auch gleich vorbei hier, weil er schon im Helicopter ist. Wer ist im Helicopter? Niemand. Äh, Heckler oder nicht? Ne. Der war da oben die ganze Zeit. Achso. Ich dachte schon bei der Musik gerade. Genau, lass mich zurück. Ey, er geht sogar um dich. Oh, 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 oh. Okay, wenn ich nichts gesagt habe. Black and white. Hinter dir der Tank. Geil. Das sind das viele Zombies. Oh mein Gott. Moderier, du mal kurz. Ja, ich hab noch Zeit, der Tank ist zu retten. Okay. Oh, da fliegt ein Stein. Nein. Ja, ihr schafft's. Geht weiter. Und ein Stein fliegt, Stein fliegt. Geht weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich war black and white, ey. Ich bin gerade echt am schwitzen. Oh Gott. Uh. Oh, ich schwitze. Gott. Das war was. Ja. Das muss man erstmal wieder verdauen. Nein, Death. Neh, mich. Das wird immer spannend. Einmal Pilz und einmal Edrin. 13 Pilz bei dir. Mollos ist klar, ne? Ja, ab 10. Ist klar. Jep. Ne. Oh, nein, nochmal... Oh, ja. Believe that. Am wenigsten Damage. Fewest Friendly? Was? Oh, ja, dieses... Headshots nämlich noch. Ah, ich nehm die Accuracy. 76% nicht schlecht. Ja. Wenn man mit AK-Leure rumläuft. Mit Lasersides. Hh. Ja. Ja.